...kriegt der Kassel. Auch am Mainkel, ne? Mann, lass mich doch mal durch hier, Junge. Du kommst hier nicht durch, Junge. Du bist so ein Pissi, Alter. Du bist fast tot wieder gewesen wegen dir. Wegen mir? Fast tot gewesen. Ja, natürlich, weil... Boah. Ich hätte so sagen können, dass der andere da durch ist. Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zu Battlefield Hardline. Wieder eine Folge. Heute, äh, Überfall. Mit dem NX-Team, mit dem ZDH-Hendol und dem Manne SE. Ja, Alter, hast du den jetzt gerade angepinkelt, Dölli, oder was war das? Nee. Oder Faberanimalt, das hab ich schon gehört. Ja, ich bin mal hier runter. Jawoll. Wer in pennt, wird animal. So, hier, geht lang. Komm, ich verlaufe. Anobrig, bin ich nicht. Oh, die sitzen zu dritt an den Taschen. Wer einschlägt, sind vollgewinkelt. Ja, weil sie da auch... Ja, ich mach dir da drauf zu. Versuch, ich mach dir noch die Nate durch. Oh, fast. Hey, hier ist ein Medi-Kid. Ich hab ein Medi-Kid für dich, mein Sohn. Alter, wer hat noch eine Granate? Ey, manne, kass auf, ich zeig dir mal den Geheimtrag, ja. Genau, von meinem Trag. Mein, Alter. Ich lieg auch nur eigentlich unter der Stilmodus. So ein Feuerball, Junge. Da, wir haben... Manne, Junge, hast nur du rausgefunden. So, so ein Feuerball. So, so ein Feuerball, Junge. Verrückte Mongo, Junge. So, wie kommen wir hier noch rein? Nur die zwei Eingänge, ne? Manne, mach grad auf, hier. Durch Telekinese. Oh, mach die Dreck, wollen alle! Oh, mach auf dem Dach hinter euch. Ach, leckst mir doch, oh, ich schei. Das Paket gehört aus, wir sind drei. Mann, ihr hinten ist auf. Ich bin tot. Geh nicht hinten durch, man kann nicht für zu ihm. Das ist was Schlimmes passiert. Das ist was Schlimmes passiert. Ja, der sitzt im Loch, rechts vorm Loch. Und ich hab ein abgeschossen. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Die man die schenkt. Schon hier meine Granatenspläne. Man ist frei. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Das kannst du nicht. Also ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. 3 glaubst du da ich auch wohl schon hier unterliegt K10 hätte ich das gewusst dann wäre ich da ja wohl nicht reingelaufen in Gold natürlich die Norde ich hab kein Leben mann aber ich hatte die Tasche ich hab sie schon bis nach oben bis nach oben hab ich sie schon mal getragen Alter ich bin echt gespawnt bei N-Extreme und krieg sofort nen Beinstoß und bin tot top geil so schwer ist die Tasche doch gar nicht naja gut kommt drauf an wie viel Geld drin ist da das meintens das Leben da Meier und wenn es alles drinnen kann dann ist alles drin wir holen zwei Schaum ein halb ich nicht Muggh ich bin tot der war richtig gut ey das ist eine Chance hast du nicht gemützt doch ich hab's versucht da 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 holen die wo sind sie die Kopfhörer wir sind doch die Kopfhörer Muggh hat das Paket Junge alle weggeholt Junge wo sind sie hab ich die Tasche bin hinter dir lauf Mensch wer war das hier die Dorsens Junge Alter scheiße Aua warum stehen denn hier alle Alter was da los ist ey Alter wer macht denn dann dauert die Türen hier zu sind die doof oder was das sind die Anden das sind die Anden die sind da weg ah ne geh schon wieder als Naul Alter ich hab die Tasche glaub ich oder? ja ja der lauf oh ich wurde alle weg hier er hat die Tasche hier ich lebe ich lebe der selbe Runde oh guckst ihr an Jonge Klazer der absolute Clusterfakt den hier gerade auspackt so wie so verloren denn die Käpt'n Kürtel für einmal eine Hälfte er wird eine Granate und die Bedrohung oder Wart die Teuer nicht nach gut der Angehörige ist so einfach das Spiel viel zu einfach tun sie genau auch die Verordnungswort kann man mit den Kammermann spielen muss man das Haus von rausgehen er hat die Schnauze voll aber erster was alle dazu Prozent Prozent sind schon die gleich Sturm in die Serie sagt gleich ich höre ich nicht ich kann euch nicht hören Prozent Prozent also Prozent so hoch aber sie keinen Punkt in extrem in der Verlangen und uns der Part der Spieler und er ist auch nicht gut für die Nerven hier. Ne, das stimmt. Was? Passen wir hinten auf hier? Ich meine eigentlich das andere hinten, auf der anderen Seite. Habein. Habein. Da man höchst. Habein. Habein. Was er wollte? Wiebetechnik. Hatte der was mit mit? Oh, na, 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 na. Oh, so ein Feuerballjungen. Kommt der Hof. der kriegt der kaffee mann dass wir doch mal durch ihr kommst du nicht durch fast wieder gewesen wegen dir so sagen können dass er andere dadurch ist woher solltet wenn du schon dritter nirgendwo ich bin abgabend mit dem hirsch also nicht hier sind die ex-mener ist die real der scheiß in der Welt ist es nicht mehr so in dem Spiel der Mann was ich gar kein Modus hier nur so richtig beherrscht, ne? Pass auf, da die aufpassen, da sprichst du ganz empfindlichen Punkt an. Hey Mokka, guck mal, guck mal, weil ich kam. Was? Hinter dir, guck mal. Damit die Gegner leichteres Spiel haben, schnalle ich jetzt ein Loch in die Wand. Ja, ganz toll, da die. Vorsicht, da ist die Mail. Hast du gesehen, ne? Ich wär auch vom Dach gefallen, Alter. Waschklar in Italien. Ich hab mir genau den Molotow heute genau auf den Kopf geschmissen. Genau auf den Kopf. Schön zwei Messer, Junge. Da hat er das Messer in die Niere bekommen. Au. Oh, der schönen 3-4-Maringe piekt da, Alter. Au, au, au. Bitte nicht. Er hat noch gewinselt. Ghost Camp 69. Ich bin nicht zähig. Juhu. Oh, 10-1, Junge. Das läuft schon wieder hier. Zwei Messer schon verteilt, so wie wir das sehen. Das findet überall, Junge. Und wir müssen glaube ich mal die Träger aufhalten, ne? Kann da sein? So, okay, mal. Das war's. Moment. Die kommen ja auch nicht raus, glaube ich. Ich weiß nicht. Hier unten. Der ist unter uns hier auf jeden Fall. Ich mach dir mal was vor. Mal gucken, ob ich hier durchkomme. Oh, siehst du hier unter uns? Der will. Komm, irgendwo kommt der. Der Wunder kommt. Na ja. Guck mal, ich glaube ihm hinterher. Die laufen den Punkt hinterher. Wie ne Katze. Was ist denn? 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 Wo war er? Was ist denn? Was ist denn? Oh, ne ne. Hat er kassiert. Nütige Granate in die Schnauze. Mann, der steht doch da unten. Dölzens, Alter. Kannst du mal zurückkommen? Ich bin tot, Junge. Was willst du von mir? Verdammt, ich brauche Munition. Ne, da warst du noch lebendig. Ne, sicher. Ich sterb und 10 Sekunden später der Mensch stört. Nö, stopp. Ja, ne 10 Sekunden? Wie lange brauchst du denn zum Spawn, Alter? Stimme oder was? Sicher, Internetverbindung ist nicht so top hier. Ich darf mir ja wohl 8 Sekunden sein scheiß Bild angucken und dann hab ich noch 3 Sekunden warten, bis ich spawnen kann. Klingt komisch, wa? Du darfst doch mal den Mund halten. Na. Naja. Komm her, oder was? Messerfahrt, 1-1. Verpisst dich, Alter. Nö, nö, nö. Oh, ist das ein scheiß Spiel, Alter. Mehr kommt nicht. Ne, kommt so nicht mehr. Kein weiteres Statement, wo ist er? Ich biete mein Battlefield Hardline an. Wer möchtet haben, kann sich bei mir melden, kann unten in den Kommentaren schreiben. Das ist nicht los. Ein Giveaway. Das darf ich keine haben. Ich bin hier nur tot, Alter. Ich hab 1 zu 6 als der letzte Drecksmodus. Das ganze Spiel ist scheiße. Okay, okay. Sonst noch irgendwelche Beschwerden, Mirko? Muss ich jetzt sagen. Alles kacke. Okay. Sonst. Aber sonst geht. Wir können auch mal eine schöne Runde Autofahren aufnehmen. Einfach Kreisfahrenpunkte abfahren. Ist das dein Ding? Vielleicht. Das kann ich. Das kann ich. Das stimmt gleich wieder tot. Okay. Aber wenn du mit so einer Einstellung schon in den Fight gehst, ne? Oh, ich bin schon wieder tot, Alter. Okay, okay. Ich hab nur ein Wiederberuf. Ich glaub, der kriegt Revolver. Ja, der hat Revolver gesteckt. Wow. Oh, Mann, Alter. Ich hab nur auf die Däcke. Auf die Däcke. Ja, ist dicke Party. Ja, ist dicke Party. My girl wants Party all the time. Party all the time. So, ja, Sniper am Armand. Das ist ja. Ja, ist dicke Party. Ja, ist dicke Party. My girl wants Party all the time. Party all the time. I just want two. Mann, ne? Party all the time. Ja, danke. Ah, einfach, ne? Ja, Mann, auf die Räume, Junge. 12, 4, Bitches. 14, 4. Ich hab dich überboten. Oh. 2, 9. Wie geil. Ein geiles Spiel. Super. Toll. Den extrem freut sich schön. Ich kann dich nicht hören. Oh, wir haben Lämme mit dabei. Cool. Jetzt guck's dir an. Lämme muss auch gleich lachen, wenn er das sieht hier. Tränen der Freude. Ja. Das ist doch schön. Das funktioniert doch. Das läuft. Das ist eine dunkle Map, Alter. Das ist nur nachts oder was? Das ist nur nachts oder was? Das hat Verbrechen nur nachts unterwegs. Also an dem Dunkeln oder was? Böse ist nur nachts oder was? Ne, das Böse ist immer und everywhere. Ihr habt doch Angst im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut. Ja, wir sehen, wie du rumgepimmelt hast. Dein Eck, was du ja eigentlich bewegt. Ich trau, ich dachte auch nicht genau. Viermal bis sie gestorben, weil du verhungert bist. Die Zuschauer schalten nach 10 Minuten ab. Das ist mir zu langweilig, der schaue ich sehe. Was denn, ich habe den doch zuerst getroffen, ey. Mann, Alter, woher wusste der, dass ich da rumkomme, Alter? Wer hat mich markiert? Ich bin dem, wenn ich den finde. Denn ist aber... Der hat passiert, Junge. Ich bin Heddy. Dann machen wir mal diese Rehen außerdem auf den Sack. Wer schießt denn hier? 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 Wer hat eine Runde geklappt? Wer hat eine Runde geklappt? Ah, ich bin tot, ja. Ich kann nicht wahr sein. Alter, wo kommt... Was? Kommt der näher? Was? Der sagt gar nichts mehr. Der hat 0,0. Nee, ich hab nur noch dich gerettet und bin schon wieder tot, Alter. Hier wirst du bestraft dafür, dass du Teammitglieder hochhilfst. Danke. Ach, leck mich voll im Arsch, ey. Wann moderieren wir ab? Jetzt gleich, oder wann? Nö, ja. Mal gucken. Mal gucken, wie es läuft für uns. Mann, du hast die Tasche, Junge. Lauf! Achso, wo muss ich denn hin? Na, da hinten. Wem lag noch Quadmeter, na super. Ich komm, ey. Die sind hinter mir. Lämme. Toll, wie mein Team kommt. Alter, hier kommt nicht einer und hilft mir, ne? Oh, ich bin im Pool. Na doch, na klar, Mann. Ja, und dann lieg ich, Alter. Von wegen, Alter. Dölzens. Ja, Digge. Wenn da hinter dir oder der Gegner sind. Ich komme, ich komme, ich komme. Zack, ist er tot. Muka war nicht mal an der Hände in der Gegend. Was soll ich? Ach, wie bist du vor mir gestorben? Pass auf die Tasche, Junge. Ich hab sie. Jungs! Ich brauch hier Hilfe. Ja, ich bin schon wieder. Okay, okay. Und sonst? Alter, warum renne ich auf der Tasche wieder, ey? Weil ich die Tasche habe, wenn ich denn ein Kumpel bin. Ja, ist mir egal, wer die Tasche hat. Ich kümmer mich nicht mehr um die Tasche. Ne, das ist ja bloß das Spielmodus im Glück. Ist mir egal, ich mach jetzt nur um Abschüsse. Hey, ich mach mir den Kumpel. Oha, die haben mich. Mann, ne, helf mich. Piu, piu. Oh. Alter, hinter mir, wie kommt der da rum? Du rennt der nicht mit der Tasche hierher, Alter. Ne Mann hatte sie die Tasche. Ne, ne, irgendein anderer war das hier mit blauer Schrift. Ne, ne, manne. War schon mit dieser. Schon lange nicht mehr. Oh. Oh. Hinter mir war ja auch noch einer. Hm. Mann. Oh. Wie sieht's aus? Hat er eine Tasche von euch? Nö. Nö. Einer. Ne, zwei Stück mehr. Ah, mir ist rot, Junge. Ich hab mal. Oh. Die geile Nudde. Ah, I just want to shot you all the time. Mugge. Neu steht, neu steht, ne, hinter uns. Lämmer hat 7,1, ne? Ich würde in welcher Ecke der rumstirmest. Ich will mal wieder. Du, ich glaube, der nächste Ecke guckt zu. wir können auch wieder und sind uns wenn er so ein Kaninkel vorbeirennt langsam weil ich nicht wohl gelang soll die Jungs da ist es schon richtig da sind drei Leute Junge da sind drei Leute Junge das ist ja bloß der, du hast gesagt der hinten ist ein Sniper ich hatte den da richtig und die drei großen Pfeile rechts von, die rechts von uns kamen die hätte ich natürlich noch ansagen müssen du als renommierter Battlefield-Spieler hättest du dir wohl sehen müssen, da der Gegner kommen Fick sie weg da war einer da war der nächste Jungs, ich lebe es ist so dunkel Alter, wie viel verträgt der denn da, Mann das ist so unglaublich oh, Scouti, Junge Scouti Alter, nee, nee da kann ja gar nicht mehr lustig sein, Alter ich verstehe, nein doch, also ich finde das wie wir sagen hinter links mich es ist so ein Messer äh, äh, Alter Mann, das war ein Messer, ein Klassisches Messer ahhhh wenn die lasse ich das Messer wer wollte ich ja aber wenn er von meinen Super Squad Mitgliedern hat ihn ja sofort weggeknallt hat mir das nicht gegönnt ich glaube Mucker war das ja, Super Spawn, Super Spawn, Junge Klasse Absolut! All the time, Party all the time Hey, ich werfe eine Granate! Werfe eine Gasgranate! Ich bin tot Jungs, da liegt eine Ege! Da 10, schön und da liegt Gas Super Ege, nicht die Gehäste Alter, du bist ein Jammerlappen, nee hör auf Oh, ein Double Molly Junge Jawohl Läuft! Läuft auch, oder wat? Alle tot! Alle tot! Dort! Dote, als die Polizei erlaubt Warte äh Hey, Leck Aber der Plan hätte klappen können. Ich habe eine Tasche. Lauf, Dolly, lauf. Ich weiß nicht, woher ich lange, Dolly. Du musst da hin, zur Flucht. Au, au. Mit schon wieder, der geht mir auf die Nerven. Also, jetzt mal ehrlich. Okay. Mann, oh. I just want to... Mucke kämpft herum, Mucke kämpft herum. Da oben sitzt ein Sliker. Er kickt mich hart. Da. Ja, jawohl. Hilfe zählt da als Kill, Junge. 75. Kann mir keiner helfen kommen, hier? Wo bist du denn? Alles so, ey. Ja. Oh, wohl. Ich komme. Ich komme. Lauf hinter. Ach, verdammt, Mann. Das haben wir keinen Nickellauf probiert, aber... Ja, muss ich immer erst kommen hier und euch bezeigen. Ach, bitte. So und nicht anders. Wo denn? Ja, kriegen wir es... Oh, nein! Shit! Ja, nix. Die links von dir ist noch in der Hand. Ah, ja, ich muss die Tasche holen, wir haben nicht mehr so viele Tickets. Nicht spawnen, nicht spawnen. Gar keins mehr, um genau zu sagen. Lauf, Rinder, lauf, 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 lauf. Äh, ich bin perotend, und Sniper war noch hinter mir. Oh, na. Die stehen alle hoch auf den Berg. Die Jungs müssen das jetzt reisen. Die waren nur drauf. Nicht spawnen. Du, die spawnen nicht. Die machen das jetzt. Hoppla, doch, die spawnen. Schaffen sie nicht, kriegen sie nicht hin. Klar. Ja, die haben uns endlich Ticket. Ah, super, top gespawnt. Wer ist da gespawnt? Geh mir nicht, Muggel. Du hast das Ticket aufgebraucht. Nee, das Ticket war schon auf null. Wenn der Taschenträger, wenn er auf null ist und der Taschenträger tot ist. Gar nicht. Gut. Das war doch ein super Spiel. Like. Ja, wart auch. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ja. Was die Jungs immer haben. Ja. Ich auch nicht. Gut. Wenn es euch auch gefallen hat, denkt dran, Däumchen, Gefreundchen. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018